Moin und herzlich willkommen zur 689. Rohstoff-Tagesausgabe der Formation Stata am Dienstag, dem 21. Januar 2015 und der Blick auf die Rohstoffliste. Gestern haben wir noch miteinander sauber gesprochen, dass Natchel Gars von unserer Rohstoffliste verschwunden ist, dass wir wieder zurückholen müssen und heute gleich stärkster Rohstoff mit plus 3,9% Clued Oil macht, plus 1,3% hatten wir miteinander vor ein paar Tagen besprochen, wir haben gesagt, der Markt sieht bärisch aus, aber wir wollen gerade nicht additiv bärisch in diesen Markt reingehen, weil die Bären schon eine ganze Weile gelaufen sind, weil die schwach aussehen, weil sie müde aussehen und wenn, würden wir gerne Pullback abwarten, bevor wir etwas auf der bärischen Seite machen. Jetzt macht der Markt 5 Dollar, die Frage ist, Moment mal, ist das doch ein Bärenmarkt, ist das ein Pullback oder ist das möglicherweise eine Trendumkehr, darüber wollen wir sprechen und natürlich müssen wir über die schwachen Edelmetalle sprechen mit Gold minus 1,12% und Silbersatte 2%. Wir haben auch darüber die letzten Tage immer wieder miteinander darüber gesprochen, dass es eher wahrscheinlich ist, dass die Edelmetalle an den Widerständen scheitern sollten, bevor wir gleich mit den Edelmetallen einsteigen. Herzliche Grüße in die Schweiz und herzliche Gratulation. Wawrinka ist ins Halbfinale eingezogen, für alle, die nicht wissen, wer das ist. Tennis-Spieler, halbdeutscher übrigens, Schweizer und hat den Joker in 5 Sätzen mit 9 zu 7 geschlagen. Wenn Sie sich fragen, warum ich Ihnen das erzähle, erstens, weil ich große Sympathien für diesen Wawrinka habe, ich stehe normalerweise immer so auf den Underdog. Erstens, zweitens, es kommen ja immer mehr Schweizer in unsere Seminare und meine Sympathie wächst für die Schweizer, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, habe ich mir den Schweizer mitgehalten. Und der Grund, warum ich das aber auch erzähle, ist, beim Matchball, das hat mich so ein bisschen ans Trading erinnert. Und das will ich Ihnen erzählen. Wie ich dazu gekommen bin, diesen Matchball zu sehen, ist ehrlicherweise so, dass ich Mittag gegessen habe und dann habe ich mein iPad angemacht, habe natürlich Sportnachrichten gelesen und dann habe ich gelesen, oh, fünfter Satz. Also bin ich ins Wohnzimmer, habe den Beamer angemacht und habe mir dann dieses Tennisspiel angeguckt. Irgendwann mal kam meine Partnerin nach Hause, die auch selbstständig ist. Hellig der Tag, meint du mir, was machst du denn da eigentlich? Da habe ich versucht, mich rauszureden, habe gesagt, ich studiere meinen nächsten Gegner im Halbfinale der Australian Open. Ich bin mit der Ausrede nicht so ganz gut durchgekommen, aber es war ein tolles Spiel. Es hat sich gelohnt, mal die Pause etwas länger zu machen, was mir aufgefallen ist. Und das ist auch der Grund, warum ich Ihnen das erzählen will. Der Joker hat ja relativ gut seine Aufschläge durchbekommen gehabt, bis zum 8 zu 7 für Wawrinka. Und dann hat er dann Aufschlag gehabt und auf einmal stand es 30 zu 30 und dann stand es 30 zu 40 und auf einmal hatte Wawrinka Matchball. Und er macht einen richtig guten ersten Aufschlag, Wawrinka kommt nicht so richtig hinterm Ball. Da kommt er so halb hoch ohne Druck. Und was macht der Joker? Setzt den Volley meterweise ins Aus. Einfacher Ball. Auch wenn man sagt, dass der Djunkovic vielleicht nicht der beste Volley-Spieler ist. Die Frage ist, warum ist ihm das passiert? Ich glaube, weil der Druck besonders groß war. Es war nicht nur ein Breakball, es war gleich der Matchball. Und er wollte unbedingt dieses Ding gewinnen. Denn es war natürlich Grand Slam, Viertelfinale, Halbfinale und so weiter und so fort. Dann passiert dir das. Und dann musste ich an Straden denken und habe gedacht, ach wie schön, dass man als Trader keine Matchball hat. Denn wenn du in so eine Situation gerätst, wo du denkst, oh das ist der Matchball. Wenn du den versammelst, dann bist du ausgeschieden. Dann bist du draußen. Dann gibt es für dich als Trader nur eins. Den Punkt spielst du einfach nicht. Du sagst, lieber Wawrinka, ich habe da keinen Bock drauf. Ich spiele jetzt mit einem Zwölfjährigen, wo es um viel weniger geht. Und das wird dann auch dafür sorgen, dass ich mehr Punkte mache, weil der Zwölfjähriger nicht so gut ist wie ich. Und wenn ich ein paar Punkte gemacht habe, dass es mir besser geht und es auch nicht um Matchball geht, dann spiele ich auch nochmal gegen den stärkeren Gegner. Aber Trader, die nicht so viel Erfahrung haben, auch mit der Börsenpsychologie sich nicht auskennen, kommen immer wieder in sogenannte Matchball-Trades. Wo so alles oder nichts ist, wo extrem viel riskiert wird. Aber beim Trading geht es eigentlich immer wieder darum, dass du die billigen Punkte spielst. Dass du die spannenden Punkte gar nicht spielst. Dass der Druck gar nicht groß wird. Denn wenn der Druck nicht groß ist, dann versemmelst du auch nicht dein Volley. Darauf kommt es beim Trading an, ob ich es mir glaubt oder nicht. Es geht darum, immer wieder gegen die Schwachen zu spielen. Die billigen Dinger zu spielen. Und nicht die schwierigen Dinger zu spielen. Das kannst du aber nur erstens, wenn du weißt, wie du tradest. Das heißt, wenn du die Technik kannst. Und das Zweite, was ebenfalls eminent ist, wenn du weißt, warum du unter Druck gerätst. Nicht, nein, du darfst keine großen Positionen spielen. Das ist nicht gut für dich. Das ist ungefähr so, als wenn ich als Arzt immer wieder den Patienten sage oder gesagt habe, Leute, hört bitte auf zu rauchen, wenn ihr AVK-Beine habt. Also wenn ihr verkalkte Beine habt. Die rauchen trotzdem weiter. Die wissen natürlich, dass das für sie schädlich ist. Aber die müssen verstehen, wofür es gut ist, dass sie rauchen. Und bei der Börsenpsychologie geht es darum, dass man rauskriegt, warum komme ich immer wieder in diese Matchball-Punkte. Und wenn ich weiß, warum ich da hinkomme, dann auf dem Weg dorthin kann ich mich selbst reflektieren und es vermeiden, dorthin zu kommen. Darauf baut unser Mentor-Programm auf. Und ich wünsche ihnen, dass sie nicht mehr Matchball-Punkte spielen müssen, sondern dass Trayden für sie etwas ist, was ohne Druck geht. Was ohne mentale Belastung geht. Dass sie trotzdem ihre Gewinne machen können und sich auf ihre Arbeit konzentrieren können, auf ihre Familie konzentrieren können und entspannt dabei sind. Und nicht wie der Joker, der weißt du, jetzt den Ball musst du versenken, den musst du versenken. Zack, leg den daneben und ist ausgeschieden. Wir schauen auf die Rohstoffliste. Wir haben bei Gold miteinander darüber gesprochen gehabt, auch gestern, dass es deutlich wahrscheinlicher ist, dass der Markt hier an dieser mehrfachen Widerstandszone scheitern sollte. Das sieht hier so auf den ersten Blick total stark aus. Es sind mehr weiße Kerzen, als das rote Kerzen sind. Ich habe ihnen immer wieder gesagt, Leute, wir verpassen hier nichts, wenn wir nichts auf der bullischen Seite traden. Doch hätten wir verpasst, nämlich 50 Dollar in drei Wochen. In einem klaren, abwärtsgerichteten Trend, Verzeihung, in einem klar abwärtsgerichteten Trend und ohne wirkliche Stärke im Bereich einer sehr, sehr wichtigen Unterstützungszone. In der Charttechnik geht es immer wieder darum, dass man Wahrscheinlichkeiten abbildet. Die Wahrscheinlichkeiten hatten wir miteinander besprochen aufgrund der 20-Wochen-Linie, die bei 12,75 ist. Aufgrund dieser horizontalen Widerstandszone, was ehemals Unterstützung war. Aufgrund der inneren Trendlinie, der trendbegrenzenden Linie plus wir haben auch noch über den Stundenchart eine bärische Formation, nämlich eine bärische Keil-Formation. Das heißt, wir haben keinen Kanal, was gesund ist, sondern die obere Trendlinie ist deutlich flacher als die steilere aufsteigende Trendlinie. Und das impliziert, dass der Markt eher Abgabedruck hat. Das Ding wurde bärisch aufgelöst und wenn sie immer wieder unsere Ausgaben verfolgen, wir haben miteinander darüber gesprochen, dass wir hier gerade nicht sagen können, ob der Markt diese Seitwärtsrange sofort bärisch auflösen wird und dann in Richtung 12,18, 1200, 1880 laufen wird. Oder ob der nochmal eine Ehrenrunde dreht und in Richtung 12,60 laufen würde an diese doppelte Widerstandszone im Stundenchart. Vierfache Widerstandszone im Tagesschart und Widerstandszone mit der gleitenden Durchschnittsmarke im Wochenchart. Also fünf, sechsfache Widerstandszone. Der Markt, schauen Sie sich das an, geht genau dort, wo wir unsere Trendlinie haben, bullisch durch, läuft einen Widerstand und kommt wieder zurück. Jetzt haben wir nicht nur diese bärische Kahlformation, was eine Trendumkehr ist, über den Stundenchart wohlgemerkt. Der Tag hat ja schon einen bärischen Trend, sondern wir haben hier auch eine nicht ganz saubere Doppeltop-Formation. Hier das erste Top, hier das zweite Top und das, was wir vor ein paar Tagen miteinander besprochen haben, jetzt auch nach wie vor bestand. Also entweder macht der Markt einen Stundenschlusskurs unterhalb der 12,36 oder wir gehen eindeutig unter die 12,32, 12,31. Dann hat der Markt hier Potenzial 12,15 und darüber hinaus in Richtung 12,100 zu laufen. Die Tatsache, dass der Markt jetzt wieder hier in diese Range zurückgefallen ist, ist mehr bärisch. Die Tatsache, dass wir so stark fallen und so ganz langsam mit kleinen Kerzen zurückkommen, ist mehr bärisch. Aber was wir brauchen ist, dass der Markt hier drunter fällt und dann hätten wir Potenzial für eine stärkere bärische Bewegung. Wichtig ist, eine solche bärische Kahlformation über den Stundenchart kann ja 80 bis 100 Prozent der Entstehungszone wieder abholen. Und wo ist die Entstehungszone? Die ist hier im Bereich von 1.190. Also kann der Markt hier in Richtung 12,100, 1.180 laufen. Und dann werden wir schauen müssen, was mit dieser wichtigen, wichtigen Unterstützungzone ist. Alles, was ich Ihnen dazu sagen kann, ist, je kleiner die Bounces von dieser horizontalen, wichtigen Marke werden, großer Bounce, kleinerer Bounce, noch kleinerer Bounce und so weiter und so fort, desto größer ist die Gefahr, dass diese Unterstützungzone bricht. Aber noch ist es nicht so weit. Wir müssen nicht schneller sein als der Chart. Wir werden nicht schneller sein als der Chart. Wir müssen uns nicht vor eine leere Halle stellen, weil wir glauben, dass irgendwann mal dort der Wendler auftauchen wird, aus dem Dschungel und dort ein Konzert geben will, falls man den Wendler hören möchte. Sondern, wenn er irgendwann mal da ist und die Karten da sind und so weiter und so fort, dann werden wir es wissen, wir werden es erkennen, wir werden da noch rechtzeitig reinkommen, wenn wir denn den Wendler hören wollen. Deswegen, liebe Freunde, was ich euch immer wieder zuletzt sage, ihr müsst nicht jetzt Bullen werden. Der Markt ist eher bärisch, der Markt ist eher etwas für Trader, der Markt ist im Moment immer noch über die kleinere Zeit einer zu traden oder es geht, was wir auch über unsere Triggerliste gemacht haben, die Widerstandszone zu verkaufen nach System. Können Sie über unsere Triggerliste nachschauen und zu gucken, kommt in die Take-Profit-Zone, kannst du die Hälfte mitnehmen und wenn er dann hier durchrutscht, hast du natürlich einen viel größeren Gewinn. Aber du musst nicht sagen, oh, das Ding geht definitiv durch. Nee, brauche ich gar nicht zu wissen. Ich brauche einfach nur, dass er hier in meine Take-Profit-Zone kommt, dann nehme ich die Hälfte raus und dann gucke ich, was mit der anderen Hälfte passiert. Und wenn er nach oben durchgeht, das ist kein Match-Beispiel. Es ist einfach nur ein Trade von vielen, vielen Trades, die wir im Moment machen. Wenn wir auf Silber schauen, gleicher Schnack. Man muss sagen, nur Silber ein bisschen schwächer, denn wir haben hier diese Unterstützungszone nach unten deutlich durchbrochen. Also das, was bei Gold noch nicht passiert ist, ist bei Silber bereits passiert. Auch hier eine nicht ganz saubere Doppeltopf-Formation und dann hier das deutlich tiefere Tief. Indikatoren, Oszillatoren sehen gerade mehr bärisch aus, aber ich sage Ihnen immer wieder, in so einer Seitwärts-Range kannst du damit nicht viel anfangen. Entscheidend ist, ich zeige Ihnen einmal kurz den Stunden-Chart, wir haben ja da hier diese Unterstützungszone bärisch aufgelöst. Jetzt sind wir gerade am Widerstand herangelaufen. Alles, was der Markt hier so zwischen 1994, 20, 2010 machen wird, ist größerer Widerstand, hat der Potenzial nach unten zu laufen, in Richtung 1930. Und wenn das bärisch aufgelöst werden sollte, dann, dann könnte es gefährlich werden, weil wir dann nämlich wieder in diese Zone hineingehen werden, 19 Dollar, 18,60. Und das ist eine große Unterstützungszone. Bei der letzten Berührung hatten wir einen großen Bounce, jetzt haben wir einen kleineren Bounce und wir werden abwarten müssen, was denn letztlich mit dieser Unterstützungszone passieren wird oder nicht. Es ist kein Markt, der gerade einen Boden bildet. Eine Bodenbildung sieht anders aus, als das, was wir hier gerade haben. Damit so etwas, was wir hier sehen, so ganz leicht quälen nach oben, eine Bodenbildung ist, müsste er das, verzeihen Sie bitte, viele Wochen und Monate machen, ohne dass die Bullen es schaffen, den Markt nach unten zu kriegen. Und dann müssten immer wieder diese Unterstützungen gekauft werden. Das heißt, wenn der Markt nach vielen, vielen Monaten immer noch hier drin ist und kein Verkaufsaufdruck aufkommt, dann kann man von einer Bodenbildung sprechen. Ansonsten sieht eine Bodenbildung so aus, dass du richtig Kaufdruck kriegst und dann sind da große Kerzen mit viel, viel Volumen. Das sieht eher nach einer Bodenbildung aus. Das hier gerade ehrlich gesagt nicht. Wenn wir auf Kudol schauen, wir hatten eine aufsteigende Trendlinie. Diese aufsteigende Trendlinie habe ich mittlerweile gelöscht, weil sie bärisch aufgelöst worden ist, aber der Markt ist wieder zurückgekommen. Wir haben seinerzeit gesagt, ja, auch wenn die Trendlinie gebrochen ist, würden wir diese Marken nicht shorten wollen, weil wir in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tagen fast 8% abgegeben haben. Da haben die Bären einfach schon zu viel gemacht. Da wollen wir nicht noch additiv bärisch in den Markt reingehen. Jetzt machen wir ein Pullback an die 20-Tage-Linie. Wir haben entgegen zum Beispiel bei Gold und Silber haben wir einen ganz klaren Trend. Indikatoren, Oszillatoren, was machen sie? K-Linie steigt, D-Linie steigt, Momentum steigt. Also sieht der Markt gerade stark aus und kann man auch sehen, der Markt nämlich hier zwei bullische Kerzen konsolidiert drei Tage und geht jetzt wieder nach oben. Sieht mehr bullisch aus, als dass es bärisch ist, definitiv. Wenn wir aber über den Stunden-Schatz uns das anschauen, dann sieht das aus wie eine bärische Keil-Formation, wie eine bärische Flagge-Formation. Hier ist die Stange und hier ist die Flagge. Wir müssen nicht jetzt den Markt verkaufen, wir müssen abwarten. Und es kann auch sein, dass der jetzt hier aus diesem Keil wirklich einen richtigen Trendkanal macht. Also noch ein bisschen nach oben geht, bis an 97, nochmal zurückkommen und nochmal höher geht, an 97, 30, was auch immer und dann erst irgendwann mal das Ding bärisch auflöst. Es sieht, wenn man sich diese Konstellation anschaut, viel, viel mehr bärisch aus. Hauptbewegung, Nebenbewegung. Ich sage immer wieder, Leute, wenn einer gerade irgendeine Tätigkeit vollführt, Tätigkeit, Tätigkeit, Tätigkeit und dann hier Pause, 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 dann ist es deutlich wahrscheinlicher, dass wenn seine Pause zu Ende geht, dass er seine Tätigkeit wieder aufnimmt. Es sei denn, es ist Australian Open und er muss dann Tennis gucken. Also dann macht der Markt das unwahrscheinlich, aber das Wahrscheinliche ist, er nimmt dann wieder seine Arbeit auf und dann geht der Markt wieder nach unten. Also ganz klare Watch-Konstellation, was wir uns anschauen wollen, wenn wieder Schwäche in den Markt reinkommt. Dann wollen wir Crude Oil auch gerne über unsere Trägerliste shorten. Dann schauen wir noch auf Natsche Gas und bei Natsche Gas muss ich Ihnen sagen, das ist so unfassbar volatil. Jetzt werden Sie sagen, oh toll, volatil, kann man viel Geld verdienen. Nee, also wenn der Markt so richtig volatil ist, dann ist der auch verdammt schwierig zu traden. Also sehr starke bullische Bewegung, ohne dass wir es geschafft haben, die Hochs von 2013, das war ja im April, wir haben ja seinerzeit diese Bewegung getradet gehabt, Batteriewarnung, ja vielen Dank. Ohne dass wir diese Hochs aus dem Weg nehmen können, wird dann heftig abverkauft, wird dann wieder gekauft, wird wieder abverkauft, wird wieder gekauft, aber die Bewegungen werden immer kleiner, sieht aus wie ein Dreieck, aber ich kann das Dreieck noch nicht so richtig schön zeichnen. Wenn ich es mir wünschen kann, ist, dass wir in dieser Konsolidierung zwischen ungefähr 3,93 und 4,60 ein bisschen noch bleiben, das ist eine sehr, sehr hohe Volatilität, damit wir ein wirklich schönes, sauberes Dreieck einzeichnen können und wenn wir das haben, dann würden wir gerne was traden, weil das sieht dann nämlich so aus wie eine Hauptbewegung, eine Konsolidierung mit einem Dreieck und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Konsolidierung nach oben ausbricht, deutlich größer, wenn er jetzt so bam, 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 bam so rennt, sind wir nicht mit dabei. Das ist uns zu gefährlich, denn wir wollen keine Matchball-Trades, wir wollen die billigen Dinger traden. Ich wünsche Ihnen, dass Sie in der Lage sind, die billigen Dinger zu traden und wenn Sie nicht in der Lage sind, Leute, bildet euch aus, sorgt dafür, dass ihr die billigen Dinger kennt, erkennt und die schwierigen Dinger liegen lässt und wenn ihr was tradet, tradet immer und immer wieder mit einem Stop-Loss, denn der Stop-Loss ist und bleibt unser guter, bester Freund. Ich wünsche Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen, dass Sie alle, 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 alle gesund bleiben und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationstädler doch bitte gewogen. Mein Name ist Hamid Esnashari alias Volke P! Vielen Dank.